Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit den Maßnahmen der letzten Wochen schon einiges gemeinsam erreicht. Es ist gelungen, die große Dynamik im Infektionsgeschehen, die wir Mitte März in Deutschland gesehen haben, wieder zu reduzieren und in ein lineares Wachstum zu bringen, in Steigerungen, auch in den absoluten Zahlen, mit denen wir Stand heute umgehen können. Es ist gelungen, dass zu keiner Zeit das Gesundheitssystem und unsere Intensivkapazitäten unter Stress gekommen sind. Das ist aber auch alles gelungen eben durch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, die ja auch zum Teil mit sehr großen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag verbunden sind. Heute beginnen nach einem Beschluss der Ministerpräsidentin und der Bundeskanzlerin vom letzten Mittwoch erste Lockerungen auch von Maßnahmen, etwa wenn kleinere Shops und Geschäfte wieder öffnen dürfen. Das ist ja ein schrittweiser Prozess miteinander, wo ja dann auch immer nach einer Zeit, etwa zwei Wochen, geschaut wird, welche Folgen das dann für das Infektionsgeschehen hat. Wichtig ist bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder weiteren Überlegung, dass wir Kontrolle haben, auch über das Ausbruchsgeschehen in Deutschland, dass wir Informationen haben über das Ausbruchsgeschehen, und zwar auf Bundesebene genauso wie regional, und dass wir auch in der Lage sind, möglichst schnell und möglichst gut, das gilt ja seit Beginn der Epidemie in Deutschland, möglichst gut auch Infektionsketten zu unterbrechen. Dafür ist der öffentliche Gesundheitsdienst sehr, sehr wichtig. Die Grundstruktur des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind die kommunalen Gesundheitsämter in den Landkreisen und den kreisfreien Städten. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gerade einen großartigen Job, eine großartige Arbeit machen, auch unter ja durchaus stressigen Bedingungen, insbesondere dort, wo gerade auch Ausbruchsgeschehen sind, wo es eine Dynamik gibt, dort eben auch allen Anforderungen und Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist wichtig für die Meldung der Fälle. Damit wir ein gutes Bild haben für unsere politischen Entscheidungen, braucht es eine zügige und möglichst umfassende Meldung, auch über Infektionen und über das Wissen zum jeweiligen Infektionsgeschehen. Und es ist wichtig für die Nachverfolgung der Kontakte, dass immer dann, wenn jemand eben positiv auf das Coronavirus getestet wird, sehr, sehr zügig alle Kontakte der letzten Tage nachvollzogen werden können, entsprechend dann auch informiert und isoliert werden können, um dann die Infektionsketten sehr zügig zu unterbrechen. Das funktioniert im Moment bei der Zahl der Infektionen, die wir in Deutschland haben, gut. Aber es muss eben auch funktionieren, wenn die Zahlen möglicherweise wieder steigen. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, einen öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Ebenen, Kommunen, Länder und Bund zu haben, der das leisten kann. Deswegen möchten wir als Bund auch ein Angebot machen an die Länder und Kommunen zu einem Update personell und digital für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zehn konkreten Punkten, die wir auch vorschlagen und im Kabinett diskutiert haben. Unter anderem haben etwa Bund und Länder miteinander vereinbart, dass es je 20.000 Einwohner ein Team von fünf Mitarbeitern im öffentlichen Gesundheitsdienst geben soll, um auch Kontaktnachverfolgung möglich zu machen. Es war bereits im März miteinander vereinbart und die Länder und Kommunen arbeiten dort an der Umsetzung. Wir haben Programme seitens des Bundes aufgelegt und aktuell in der Umsetzung, wo wir mit finanzieller Förderung auch seitens des Bundesministeriums mithelfen, dass zum Beispiel Medizinstudierende und Studierende generell dort zur Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsdiensten eingesetzt werden können, entsprechend geschult werden natürlich auch dafür. Und wir möchten auch in Ergänzung beim Robert-Koch-Institut eine Ansprechstelle, einen Ansprechpartner einrichten, dauerhaft und strukturell für die kommunalen, öffentlichen Gesundheitsdienste, sodass je zehn öffentliche Gesundheitsdienste und Kommunen einen festen Ansprechpartner auch beim Robert-Koch-Institut haben, auch zum regelmäßigen Austausch, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass immer dann auch, wenn in einer Region, in einem Landkreis es droht, in eine Situation zu kommen, wo Kontaktnachverfolgung mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr möglich ist, dass wir sehr, sehr schnell auch nachsteuern können mit Unterstützung, die auch die Bundeswehr für einen solchen Fall angeboten hat, Personal zur Verfügung zu stellen, in Amtshilfe zur Nachverfolgung oder auch seitens des Robert-Koch-Instituts. Über die personellen Fragen und Verstärkungen hinaus geht es auch um ein digitales Update, das wir den Ländern und Kommunen anbieten wollen, auch an verschiedenen Themen zu arbeiten und weiterzuarbeiten, um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, auch in der technischen Ausstattung der Gesundheitsämter vor Ort. Da wollen wir ein Förderprogramm, ein kurzfristiges von bis zu 150.000 Euro pro lokalem Gesundheitsamt auflegen, das sehr unbürokratisch auch abgerufen werden kann und detailliert erst im Nachhinein einen entsprechenden Verwendungsnachweis braucht, wenn eben in die digitale und technische Infrastruktur und die entsprechenden Schulungen investiert wird. Es geht um die gemeinsame Arbeit von Bund, Ländern und Kommunen an entsprechenden Apps und digitalen Unterstützungstools, zum Beispiel eine Quarantäne-App, wo es ja heute darum geht, im Fall einer Quarantäne, einer häuslichen Isolierung per Telefon oder auch durch persönlichen Kontakt vorbeifahren, bei dem jeweiligen eben die Situation zu checken. Das geht auch, das machen wir schon in einigen Modellen, per App, die entsprechende Rückmeldung dann für die Bürger auch als Angebot möglich zu machen. Es geht um die Digitalisierung und Beschleunigung des Meldeweges. Dort haben wir eine sehr unterschiedliche Lage. In manchen Bereichen läuft es schon digital. In einigen wenigen Bereichen wird aber auch bis heute noch die Papierform und das Fax genutzt. Auch dort wollen wir natürlich helfen, es in die 2020er Jahre dann auch technisch zu bringen. Es geht um das Projekt der Tracing-App, also der Nachverfolgung von Kontakten, eben nicht nur händisch und per Telefonieren und aus dem Erinnerungsvermögen des Infizierten heraus, sondern tatsächlich mit digitaler Unterstützung freiwillig genutzt, an der wir ja auch mit anderen Beteiligten arbeiten. Der öffentliche Gesundheitsdienst, gerade auch der öffentliche Gesundheitsdienst vor Ort in den Kommunen, ist der Dreh- und Angelpunkt für den Umgang mit dieser Epidemie. Er ist der Dreh- und Angelpunkt, um zu wissen, wie das Infektionsgeschehen in Deutschland und vor Ort ist. Und er ist der Dreh- und Angelpunkt, um zügig eine Kontaktnachverfolgung, eine Unterbrechung von Infektionsketten möglich zu machen. Wir haben in den letzten Wochen schon vieles miteinander verbessern können in diesen Fragen und wollen als Bund den Ländern und Kommunen anbieten, mit diesen zehn Punkten weitere Schritte zu gehen.